Wollen wir hin gleich A nehmen, oder? Äh, ich würde auf B fahren, weil wir am ganzen Zerstörer sind alle auf C. Und das Gegenteil hat 5 Zerstörer. Ja, ich bleib auch erst mal auf HE. Ich denke mal, die werden wir mal Glück haben, dann doch vielleicht gleich am Anfang kriegen. Richtung A oder nicht? Nee, B. Nee, nee, Richtung B. Hm. Hm. Bei DDs bewegen sich gar nicht, da kommt auch Freude auf. Beide Machern stehen. Mhm. Ob. Naja, vielleicht brauchen sie einfach nur länger mal rein zu laden. Das ist gerade noch meine, meine Hoffnung da dran. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Auf jeden Fall ein DD. Mhm. Ja. Auf A. Und auf B. B. Haha, sauber. So ein DD drinnen über B und wir haben keine hier. Mhm. Gegnerischen Kreuzer hin. Da fahr ich nicht rein. Naja, das ist echt müllig gerade. Gegnerischen Zerstörer gesichtet. Naja, unser Mann bewegt sich, unser eine. Gegnerische Schlachtschiff entdeckt. Ja, ich bin schon drinnen. Okay. Und jetzt siehst du auch mit rum? Ejo, bin schon drinnen. Okay. Gegnerischen Zerstörer gesichtet. weiter rum, weiter rum, weiter rum, äh ok, die verrecken die gegnerischen zerstörer eintrinkt bestätigter einschlag oh ne mutsugi direkt hier feuerlauch ach, scheißberg hier, äh ich seh nur noch Torpedos hier, äh ach, scheißberg hier Was ist das? 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 Ich will dir noch einen schönen Abend Danke dir auch und danke fürs Mitkommen Jo gleichfalls Jo man sieht die bestimmt Na definitiv Jo bis denn tschüssi Ciao Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Scheiße, ich kriege den Dings nicht mehr raus. Versuch die No-Car noch zu rammen, dann kriegst du wenigstens noch mehr Schaden zusammen. Ja, das versuche ich ja, aber es wird nix. Korrekt. Ja, es wird nix mehr. Ja, immerhin 125.000 Schaden rausgedrückt. Wie bitte? Immerhin 125.000 Schaden noch rausgedrückt. Ja, hätten wir mal von Anfang an DD-Unterstützung gehabt, dann wäre das noch was geworden. Aber wenn die da einfach nicht mitkommen. Naja, die waren AFK, die beiden mal haben das bares Problem. Können wir direkt mal reporten. Ja gut, ich glaube eher, dass die nicht ins Gefecht reingekommen sind, wie das aussah. Mir scheißegal. Aber auf jeden Fall sieht man da wirklich schon mal, was die Bismarck überhaupt wirklich als Top-Tier, was die wirklich drauf hat. Das ist schon echt heftig. Ja? Ja, also gefühlt, ich weiß nicht warum, aber ich finde die jetzt schon wesentlich heftiger als die Bismarck. Äh, als die Tirpitz, Entschuldigung. Also ich finde die Bismarck wesentlich heftiger als die Tirpitz. Okay. Aber das wäre, glaube ich, eben auch zu viel des Guten gewesen, wenn ich den einer noch rausgeballert hätte und den anderen kaputt gerammt hätte. Unser Team steht kurz vor dem Sieg. Na ja, schade, wenn wir das Ding gewonnen hätten, dann wäre das richtig cool gewesen. Oh ja. Ich würde mal sagen, Bissbuck läuft. Ja, fettes Teil.